Ja, sehr schön eingerichtet. Hi, ich will Waffen kaufen. Neuer Filter für Gasmaske. Ja, ah, verkauft. Oder? Und MediPacks. Wie viel haben wir denn davon? Wir haben fünf Stück und ich habe immer noch keinen Plan, wie man die benutzt. So, ein Revolver mit, ähm, Gewehrkolb. Hohe Genauigkeit und geringer Rückstoß. Mit diesem Tausch werden Sie folgende Kosten haben, okay. Schalldämpfer. Revolver mit Gewehrkolb, zieloptik. Ich gucke schon aus großer Entfernung, hm, was nehmen wir denn? Der verlängerte Lauf erhöht die Genauigkeit bei mittlerer Reichweite. Ist doch recht günstig, wir sollten das auf jeden Fall mitnehmen. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen. Einblusen aus Schusskraft verbunden, nein. Dieses Ding ist tut voll besser als Ihre Spielzeugwaffe. Handgefertigte Luftdruck-Scharfschützengewehr. Okay. Haben wir jetzt auch immer genug gehört. Gute Waffe, gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Hm. Okay. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Ah, wir brauchen, wir brauchen Waffen. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlen es denn. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Hm. Ich weiß es nicht. Ausgezeichnete Waffe, gute Waffe. Definitiv besser als abgemacht. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Das ist der Wegs. Ausgezeichnete Waffe. Gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Sie scheinen bereits eine zu haben. Okay. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen. Hm, ich verstehe. Wir haben jetzt eine bessere. Nun, wir können natürlich tauschen, wenn Sie wollen. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Warum sollten wir tauschen? Ich hab die eben gekauft. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Okay, wir sind fertig. Oh, da hatten wir die Auswahl. Krass. Okay. Ähm, Entschuldigung für die freien Verzögerungen. Ich brauchte mal dringend neue Waffen. Ah. Ich hab nicht wirklich viel. Aber ich sollte Munition mal vielleicht kaufen. Vier Stück geben eine. Ja. Davon brauch ich wohl welche. Kaufen, 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 kaufen. Kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen. 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 Ich hab eigentlich keinen Bock, wieder out of money zu gehen. Und, ähm, ganz ehrlich, scheiß drauf. Militärmund finden wir auch schon wieder bestimmt. Der beste Wechselkurs in der ganzen Welt. So. Nix. Filter hab ich ge... Hi. Filter hab ich jetzt gekauft. Jetzt müssten wir eigentlich fertig sein. Wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, wie war das? M? Okay, folgen Sie Bourbon. Er ist weg. Irgendwie. Schön, schön. Ratten. Krass. Oh ja. So, gucken wir mal. Hier hinten war doch irgendwo der Boss. Können wir jetzt? Also ich verschwinde. Ich bin etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch. Aber daran können wir nicht sein. Der Boss ist gerade beschäftigt. Also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg, wenn das etwas passiert sein müsste. Die Waffe hatte bereits alle darin angefressen. Und rote den Umkreis noch dazu. So steht der Kreml heute also immer noch hinter seiner Mauer. Als ob die Affen... Alles klar. Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst... Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Tja. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Okay. Oh, scheiße. Das ist ja echt nicht viel. Was geht jetzt? Tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, Grunste Burben. Willkommen zu Hause, Artyom. Dann wollen wir weitermachen. Käse, Gasmaske. Ah, wir sind draußen. Meine Gasmaske sieht echt schon mitgenommen aus. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchender Schrott, Munn, alles was hier ausgraben können. Und dann sterben sie. Da hat man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche verstecken, nur für den Fall. Ja, okay, danke. Schau dich einfach genau, dann werden wir keine Probleme mit der Satzfärfung Munition haben. Hoffe ich doch. Ich brauche genere... Ah, da... Ja, den Filter können wir brauchen. Danke, mein Freund. Bereit, Gelia? Nein. Ich bin nicht bereit. Ach Gott, ey. Stell ich nicht so an. Wir müssen noch gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist doch noch ein Raum, oder? Was war das zur Hölle? Ah, mich erschrocken! Ähm... Ja, schön. Ähm, da geh ich jetzt mal direkt hingucken. Komm, geh weg da. Und jetzt ganz vorsichtig. Ah. Ah. Oh. Oh. Hä? Oh. 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 Whoa. Nein, da hinten war jetzt noch was. Warte jetzt, gefälligst. Immer diese Hetzer. Und der Typ hier hat doch noch Redemenge rumliegen gehabt. So. Jetzt bin ich bereit. Glaube ich. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Ey, yo, eine AK. Wer ist zum Teufel? Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieg ich ihn die Nase. Nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Hat die fliegenden Feature, aber die wir vorher schon gesehen haben, glaube ich. Das ist also aus Moskau geworden. Das ist also aus Moskau geworden. Ich nenne sie bitte. Ich nenne sie nicht. Ich nenne sie nicht. nicht aus Ah, wir haben einen Kompass im Journal? Stimmt. Der zeigt uns einfach nur, wo wir hin müssen. Ah nein, ey. Also allein hier rum zu rennen ist gruselig. Das ist gruseliger als ohne diesen komischen Kautz. Banuum. Okay. Okay. So ein Mistdreck. Okay. Hallo. Hm, ich höre Schüsse. So, tut mir sehr leid, ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm. Wo denn bitteschön heilen ist? Tastatur? Gepäck. Journal Medipack. Kuh. Ah. Gasmaske Nachtsicht auf N. Haben wir ein Nachtsichtgerät? Nein. Auf Kuh wäre heilen. Okay. Jetzt müsste ich nur rausfinden, wo wir unsere Leben sehen. Ach, der Stuhl. Scheiß Stuhl. Stuhl! Hör auf! Ah! Ich seh schon kommen, ich erschrecke mich gleich zu Tode. So ein Dreckskack. Ich bin voll aufgeschmissen. Muss ich hinten unten raus oder oben? Habe ich jetzt ein neues Dingsfilter eingesetzt? Waaah! Alter! Ich war gerade den Filter am auswechseln. Okay. Was war das? Bruselig. Jetzt hänge ich hier fest. So ein Mist. Also spätestens jetzt wäre das nicht mehr, wäre das kein Leben mehr für mich. Wow. Pfeil? Runter? Okay. Pfeil runter klingt gut. Bruder. Ich guck eben noch, ob hier noch irgendwo Zeugs rumliegt. Haha! Ich wusste es. Ich wette jetzt kommt irgendein Scarejump, weil man zurück geht. Nein? Okay. 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 Aufrüsten. Tja. Tja, kann ich hier raus? Sehr wahrscheinlich nicht. Tja. 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 Kann ich die jetzt tauschen? Nein. Okay, egal, alles klar, wir müssen die tauschen. Aber was war das hier? Das war für die Taschenlampe, oder? Nein, ziehst du wohl die Grasmaske wieder an? Ah, jetzt haben wir die Taschenlampe aufgeladen, sehr schön. Oh, ey, komm, nimm eine Waffe, ich mach irgendwas falsch, so ein Dreck. Ähm, ja, ist ja jetzt super schön, dass wir jetzt eine neue Waffe haben. Aber wie kommen wir jetzt bitte schön hier raus? Müssen wir echt wieder zurück? Wow. Irgendwie? Nicht. Tja, da hänge ich fest. Gut, nichtsdestotrotz muss ich schon längst hier einen Aufnahmestock machen. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne! Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war's für heute.